Oh, das kostet wieder ein bisschen Material. Wird ja lustig. Ja. Oder? Dann lass ich das mal eben. So. Das soll man eben nicht pumpen. Ach. Sand und sowas. Und schnuppen. Ja. So ist das, ne? Ne, gar nicht. Ne? Jetzt hier nur so ein bisschen was umgestalten, dann passt das eigentlich schon wieder. Ne? Hey, boah, Redstone ist eigentlich über die Zeit erst mal. Na dann. Das kriegst du ja auch nicht so einfach, es dauert ja auch wieder Ewigkeiten. Na, kommt wieder mal ins Gleiche. Kannst du ja schnell wieder offline herstellen. Hm. Weil ohne Witzung komme ich gerade echt schlecht weiter, weil wir haben nur noch zwei Stücke oder so. Okay. Also produziert der auch ja nichts. Hm. Ich will Gott sagen. Ah, das ist Spyglass. Hm? Guck gerade so in den Fischerein. Blaze what? Nein, Spyglass. Oh, ich hab den da reingetan eben. Und Richter. Spyglass. Einer Zeitung kann ich noch draufbauen. Okay. Kannst auch irgendwie nur so rumgucken oder so. Haunt Fischer, Minecraft Reloaded Machine. At 7, 61, 290. Das alles, das zieht mir auch. Okay, wie behindert ist das Ding denn denn? Wirklich durchgucken kannst du halt nicht. Ne. Ich hab ja jetzt gedacht, hast du durchgucken kannst, aber nö. So, ich teile, muss ich mal rausnehmen. So, die Case für Living Rock und Living Wood gleich erstmal hinsetzen. Ich hab ja fast abgeschossen und runtergeschossen. Du Sack, ey. Du kleine Pissnelke. Das war doch nicht so gemein. Doch, ich wäre fast gestorben. Oh. Und? Nicht gut. Nicht gut? Nein. Du bist du nicht? 1, 2 1, 2 Die Autonomous Activator kann man zum platzieren und zum abbauen nutzen, oder? Kann man. Wegen der Living Rock und Living Wood Produktion. Die können hinsetzen und wegnehmen. Wenn du das abbauen willst, musst du eine Spitzhacke reinpacken. Oder einen Arzt, ne? Ja, je nachdem, klar. Ja, dann gucke ich später danach. Wird sein, dass wir gleich, ich hab gleich drei Stunden so ungefähr. Ja, hab ich dann auch nicht ganz, weil ich ja später wieder gemacht hab. Ich muss erstmal gleich einen Cut machen, gucken, dass mir was offline passiert, weil ich brauche jetzt so. Ich kann hier rumlaufen, wie ich bekloppt bin. Ist ja bekloppt. Ich weiß gar nicht, ich kann die Wege ausbauen, alles kein Problem, aber das ist natürlich dann echt, wenn du gar nichts machen kannst, ist das natürlich fast Kaka. Kaka. Na, hier kriegst du das erste Zeug. Findest du? Hmm. Kaka? Voll Kaka, ey. Hell hier? Ja. Da! Kann jetzt auch Cages herstellen. Kann jetzt auch ein paar Materialien für unten noch herstellen. 1, 2, 3, 3, 4, 8 Stück, 16 davon, 16 da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Stück brauche ich. So. Und 8 davon. Da müsste ja schon was ordentlich produziert sein. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Läuft doch. Oh. Verfehlt. Verfehlt. Läuft doch. 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 aber allein 18 stück davon noch so jetzt 22 22 natürlich kann was da drin gewesen 22 2 da rein davon hat gar nicht gereicht 18 davon so Jetzt gehts weiter. Ja. Ich tue nur Material schon herstellen. Okay. Also, dass ich gerne was hinsetzen kann. Mach doch, was du willst. Oh ja. So. Und dann habe ich acht Hydro... Äh... Hydroangeas. Was können die? Mit Wasser... Ach, la... Ich weiß nicht mal ob ich die direkt ins Wasser sitzen musste oder wie das war. I don't know. Ach nee. Ich musste ja nicht direkt ins Wasser sitzen. Ich kann die. Zack, zack, zack. Einfach daneben stellen. Die an Gravel. Das ist einfach so. Mach ich das erstmal so. Zack. Aus Gravel noch. Plus die anderen. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sieben, acht, neun. Ja. Ja. Nein. Hier ist noch... Was ist denn anders? So. Blaze... Und Bone. Plus die anderen... Ah, Gunpowder auch noch. Nur bei Sand gibt es weniger. Ja. Ja. Ähm... Wahnsinn. Kaktussitz. Exotik. Ne, wir müssen auch unten... Vier... Sind es auch vier Stück. An die Stellen. Hydrogenes. Das heißt... Ich brauche... Wie viele Cages brauche ich denn dann? Das brauche ich. Das kostet jetzt Eisen nochmal. Eisen. Eisen. Ein Stack. Zwei Stacks. Das ist natürlich Hammer. Kann ich das auch mit dem Wasser nehmen? Boah, nein, dann. Back. Hm? Neun... Dreizehn. Nochmal 13 Cages. Ist das Wende? Warum das Niesig jetzt nicht mäßt? Ja. Ah, setze ich die jetzt mal dahin. Und heißt auch gleich im Endeffekt... Boah. Acht Glimmering Flows brauche ich. Ich stelle einfach mal Prompt 32 Kisten her. Passary Seeds brauche ich auch acht Stück und acht mal Erde. Okay. Okay. So, zwischen den und den müssten jeweils noch neun... Achtzehn. Hippity, 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 hippity. Hepp, 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 hepp. Hepp, hepp. Das ist grad echt Hammer. Drei, vier... Boah, 36 Hoppa. Das ist glimmering. Okay. E. Hmm. So. So soll das ungefähr passen. Was geht ab? Nix. Schon wieder am rumdammeln hier. Was geht ab? Was geht ab? Das ist hell, 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 hell. Das weicht nicht. Nein. 32 Stück reichen. Oh mein, das ist hier. Kannst du ja auch da drüben machen. Okay, durchspringen hier. Du-due, du-de, 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 du. Bitch water. Bitch water. Bitch water. Bitch water. Das ist gut, alter Bitch water. Oh, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sechs. Also, wieder. Okay, wie lange einfach die Goldrüstung hält, die ich hab. Zu lange bestimmt. Eins, zwei, drei. Naja, ich brauch ja ne Schere dafür. Äh... Hat das überhaupt nicht? Oh, das riecht gar nicht. Oh, das große Feld. Oink, 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 oink. Oder? Doch, glaub. Heraus kann ich kein D-Maric machen, ne? Ne. Fick dich. Hm. Das da rein, das... Das erstmal... Kann ich weg tun. Da oben rein. Zack. Dann... So... Ähm, ja... Sollte es nicht übertreiben. Ja, das auch. Sonst kotze ich im Stahl. Wie? Voll ekelhaft. Voll ekelhaft. Voll ekelhaft im Stahl zu kotzen. Das war's. Das war's. hii. Bis zum nächsten Mal.